Teil 33 Kannst du nicht führen? fragte Harry leise flehend nach, als der Eröffnungstanz nach dem Festessen anstand. Mit dem Tanz sollte der entspannende Teil des Tages eingeläutet werden. Es würde die klassischen Tänze geben, aber auch modernere, denn das jüngere Publikum, zu dem Draco sich nicht zählte, denn er verstand den Sinn nicht zu lauter, schlechter Musik, in seltsamen Bewegungen abzuzappeln, stand auf Tanzmusik mit mehr Bass. Ich werde nicht führen, murmelte er Harry zu und schob sich den letzten Bissen seines Soufflés in den Mund. Hast du schon vergessen, dass wir hier traditionell heiraten? Da gehört es dazu, dass du als Vila Partner führst. Partner hat damals auch geführt. Jammerte Harry weiter. Ich habe mich langsam auf der Stelle im Kreis gedreht und sie... Ich weiß. Und er brach Harry unwirsch. Diese Diskussion hatten sie schon mehrmals geführt und langsam konnte er es nicht mehr hören. Erst hatte er Harry nicht geglaubt, dass er nicht tanzen könne, als dieser darauf vehement bestanden hatte, dass er zwei linke Füße habe. Aber als Draco ihn entnervt, zu einem Walzer aufgefordert, und er automatisch die Damenhaltung eingenommen hatte, hatte er mehr damit zu tun gehabt, seine Füße vor Harry in Sicherheit zu bringen, als den leitenden Bewegungen von Harry zu folgen. Nach diesem kurzen Desaster hatte Draco ihn dazu verdonnert, dass sie übten. Jeden Abend, bevor Harry sich in seiner Boxershorts vor den Fernseherlummeln gekonnt hatte, hatte er sich Harry geschnappt und ihm die einfachen Grundschritte beigebracht und beständig wiederholt. Ihm war vollkommen klar gewesen, dass dieser Tanz von ihnen erwartet wurde, selbst wenn bei dem Rumgestampfe des Helden ein Auge zugedrückt werden musste, um das, was Harry da ablieferte, als Tanz zu bezeichnen. Mach es einfach so, wie wir es geübt haben, sagte Draco leise. Hinter sich hörte er Gabriel, amüsiert Kichern. Vilaherrn sind immer schlechte Tänzer, fügte er deutlich hinzu. Da, rief Harry, das leise Hey, von Gabriels Mann ging unter und Harry deutete auf die beiden. Da hast du es. Es liegt an meinen Genen, dass ich das nicht kann. Wahrscheinlich hatte Gabriel Harry nur aufmuntern wollen, aber das schien in die falsche Richtung gegangen zu sein, denn Harrys Augen glänzten, als ob ein lapidarer Satz von Gabriel Draco von seinem festen Willen nach einem Tanz abbringen würde. Mir egal, sagte Draco mit fester Stimme. Und selbst wenn du dir jetzt die Beine abfluchen würdest, würdest du trotzdem mit mir tanzen. Also denk nicht mal dran. Nun schwieg Harry, aber er schien nicht wirklich wütend zu sein. Er resigniert und peinlich berührt, dass er sich vor so vielen Leuten zum Depp machen sollte. Allerdings schien er dabei eine wichtige Sache zu vergessen. Draco war bei ihm und er würde ihn führen, wenn es sein musste. Wir sind keine sechs Stunden verheiratet und schon würde ich zu gerne einen Zeitumkehrer haben, um mich selbst davon abzuhalten, das zu tun. Vergnügt lachte Draco nur kurz auf. Weißt du, was daran ironisch ist? Selbst wenn du einen Zeitumkehrer hättest und ich bin mir sicher, dass du als Auror auch mal ab und an in die Vergangenheit reist, um ein Verbrechen dokumentieren zu können. Hier bekam Harry einen rötlichen Schimmer auf den Wangen, was wohl hieß, dass Draco richtig lag. Würdest du dich trotzdem nicht davon abhalten, denn du hast dich ja nicht abgehalten. Die Sattstellung war verwirrend, aber es sagte genau das aus, was Draco meinte. Seit er seine Mutter gesehen und so lange mit ihr gesprochen hatte, fühlte er sich ungemein beschwingt. Vielleicht lag es auch an dem Wein, den er getrunken und dem wenigen Essen, das er runtergebracht hatte. Egal, was heute noch passieren würde, nichts könnte seine gute Laune verderben. Kaum dass sie die ausladende Tanzfläche erreicht hatten, zog Harry ihn zu sich und kniff konzentriert die Lippen zusammen. Gekon nahm Draco die Frauenhaltung ein und atmete tief durch. Die ersten Töne erklangen und zu seiner Belustigung fing Harry nun wirklich an, stumm, dafür mit Lippenbewegungen, die einzelnen Schläge mitzuzählen. Das war so typisch für Harry, dass nun auch er den Takt im Kopf mitzuzählen begann und nicht so überrascht, wie sonst immer war, wenn Harry auf einmal einen hastigen Schritt ohne Vorankündigung nach vorne trat. Der getanzte Walzer war recht eckig und ungelenk. Allerdings hielt Harry durch und führte die ganze Zeit. Und auch wenn ihn ein paar Gäste am Rand einige Schritte ausweichen mussten, weil Harry es nicht schaffte, eine bessere Drehung in die andere Richtung hinzubekommen, war es doch passabel. Auf einem Besen wirkte Harry hingegen viel eleganter. Vielleicht lag es aber wirklich an seinen Beinen, die den Kontakt mit dem Erdboden dazu nutzten, in alle möglichen und unmöglichen Richtungen zu zappeln. Darf ich? fragte die Wiesel Mama nach dem extra kurzen Eröffnungslied und strahlte Harry breit an. Sie schien Harry wirklich adoptiert zu haben und forderte nun den Tanz mit ihrem Ziehsohn ein. Mit einer kleinen Verneigung überreichte Draco der Wiesel Mutter Harrys Hand und wollte sich zurückziehen, als Granger ihm in den Weg trat. Darf ich dich bitten, mich zu bitten? fragte sie formell und Draco konnte es nicht verhindern, dass seine Augenbraue nach oben wanderte. My Lady, antwortete er scherzhaft, bot Granger seine Hand an und diese begann mädchenhaft zu kichern, als sie ihre Hand in seine legte. Auch mit diesem Kichern hatte er nicht gerechnet. Aber Granger schien es nicht bösartig zu meinen und ihn auszulachen, sondern es schien sie wirklich zu erfreuen, dass Draco ihr diesen Tanz schenkte. Erst als er Granger eine Hand auf den Rücken legte, wurde ihm klar, dass er sie soeben so gut wie in den Stand seiner zweiten Mutter erhoben hatte. Harry tanzte oder er wankte mit der Wiesel Adoptiermutter durch die Gegend und Draco hatte Granger im Arm. Aber vielleicht war es angebracht da, dass er Harry nicht hier alleine stehen ließ und immerhin handelte es sich hier um Harrys beste Freundin. Niemand würde sie schäl ansehen. So hatte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, stand als Gentleman da, weil er mit einem Schlammblut tanzte und das Fehlen seiner eigenen Mutter war ein wenig gemildert. Nachdem der letzte lange Ton verklungen war, wollte er Granger, so wie es sich gehörte, zurück zu der Ratte geleiten. Aber die Wieselmutter kam auf ihn zu, scheuchte Granger energisch zu Harry, der gar nicht begeistert wirkte. Noch länger sein sehr verkrüppeltes Tanzbein schwingen zu müssen, zog ihn nah zu sich, so dass er viel zu viel Kontakt mit dem massiven Körper hatte und sie legte ihm eine Hand auf den rechten Oberarm. Mrs. Weasley begann Draco zögernd. Eigentlich wollte er anmerken, dass es sich nach all den Jahren des gepflegten Hasses zwischen Weasleys und den Malfoys nicht schicken würde, wenn er jetzt mit dem weiblichen Oberhaupt tanzen würde. Aber die energische Frau unterbrach ihn und sagte vergnügt, Auf, auf! Und schien sich nichts weiter dabei zu denken. Hatte er etwa nicht ein Potter, sondern einen halben Weasley geheiratet? Das wurde ja alles immer schlimmer.